Ah, sonst haben wir doch noch jede Fenstertechnik geknackt. Klappt es mit dem Schraubenzieher? Nee. Dann nimm doch die Brechstange. Keine Chance. Dann bohr es halt grob. Zu viel Widerstand. Die haben bestimmt Fenster mit Roto Quadro Safe eingebaut. Da ist nichts zu machen. Widerstand nicht zwecklos. Dank Fenstern mit Roto Quadro Safe Technologie. Erfahren Sie mehr unter www.quadro-safe.com